Warte, ich will mit Rot machen. Hast du? Hast du drauf? Lolo! Drauf auf den Burschen, Benni! Du legst ihn ab. Oh, der Vater! Ja, das ist die Mutter. Die ist zwar groß, aber das ist immer noch die Mutter. Die hat ein Euter da. Benni, wie kommt ihr denn? Zwei! Das ist gut. Komm, geh jetzt drauf da. Du hast ja eben gesagt, geh jetzt drauf. Komm her, komm her! Schon alle! Ey, die ist mir nur noch so semi-sympathisch. Ey, die machen jetzt selbst noch zu, oder? Benni, jetzt kannst du drauf springen. Jo, die da. Die da und. Boah, Alter! Kein Spielraum mehr. Komm, sind die massiv, die Biester, ne? Komm, Benni, jetzt rauf! Komm da her, komm da her, komm da her! Komm, Benni, machst du Platz? Ja, du, ich bin da und dir. Ich würde sagen, das ist eine Frage der Gewichtsklasse. Boah, ja, okay. Lecko mio! Sind das, Alter, ist die schnell! Ey, ist die schnell! Wahnsinn, oder? Wir müssen das Kalb von der Herde separieren. Ja, auf jeden Fall. Komm her! Junger Mann! Komm Sie mal! caut yungle! Maudi! Also ich glaube, wenn man wirklich draufsetzt, macht's Spaß, aber ... Bis dahin ist es ein langer Platz. Weißt du, wie die gerade gesprungen sind? Da sitzt sie nicht lange drauf. Auf die Kleinen würde ich mich da noch draufsetzen. Ich glaube, die Großen würden mich so verprügeln. Das sind richtige Fleischgühe. Wir haben Technologie. Sie haben keine Hörner. Einfach drauf. Was können so 400 Kilo Lebendgewicht noch anstellen? Also 400 Kilo, die haben mal locker 800 Kilo. Guck mal, wie fit die ist hier. Die brauchen wir nächstes Jahr im Sturm. Die ist echt, die ist zu fit. Ey, Perlo. Willst du nächstes Jahr bei uns im Sturm spielen? Wir brauchen noch einen Bullenforscher. Alter, sind das Biest da. Guck mal. Guck mal, wie die abgehen. Ach, wie ert sie ist. Also ich meine, die Idee war cool. Wir waren mal kurz cool. Und jetzt müssen wir ganz, ganz, ganz klein. Ist ja wie ein Roten. Richtig ab. Richtig ab. Also den nächsten Ball, den wir auf die Wiese schießen, hole ich nicht. Echt nicht? Echt nicht? Ich glaube nicht, wie ist das Biest. Aber das ist natürlich total.